Ich habe mich für den Lehrberuf Stahlbautechnikerin entschieden, weil es einfach kein Tag so ist wie der andere. Es ist einfach sehr abwechslungsfrei. Für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich arbeiten gehen will, weil ich einfach mein eigenes Geld verdienen will. In der Firma Winkelbauer gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich intern weiterbildet bzw. gibt es auch Aufstiegsmöglichkeiten. Und ich bin jetzt bei der Stahlbautechnikerin gewechselt ins Büro in die Arbeitsvorbereitung. Meine Aufgaben in der Arbeitsvorbereitung sind eigentlich die Verschochtelungen herstellen bzw. die Programme für Plasma und Autogenum. Für die LRB, wenn du dir mit Auszeichnungen schaffst, kriegst du vom Chef eine Schwedenreise gesponsert. Das heißt, vier Tage in Schweden, in Stockholm, da kannst du die ganze Stadt anschauen, also das kannst du selber eintalen, wie du magst und man schaut auch die Firma SSAB an. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020